hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute wieder ein unboxing und zwar top gun ja jetzt eigentlich auch bei mir die amazon exklusive lenticola edition leider hier aus italien weil in deutschland ja das war so schnell weg gewesen ja hat aber glaube ich auch gar keinen deutschen ton hier diese italienische version aber darauf kommt es ist ja egal hatte wie gesagt englischen ton und ja mir ging es ja rein um das die und um das lenticola ich wollte gerne diese edition haben zu dem film dieser film dazu wisst ihr finde ich gut review dazu habe ich gemacht ich verlinke euch das natürlich an dieser stelle noch mal und ja dann würde ich sagen schauen wir uns mal an hier ich habe es jetzt hier ist natürlich hier wieder mal mit klebe ich das liebe das sieht aber nicht mal so verkehrt aus schön auf den lanty hier mit lanty hatte ich schon lange nicht mehr gehabt gab es ja sonst immer bei den fullslips das ja öfters mit bei aber so jetzt als normales die buch wüsste ich jetzt gar nicht wo letztes mal irgendwo mal so ein lenticola bei war so ich drehe mal die kamera und schauen wir uns mal ein bisschen genauer an so da haben wir das gute stück das lanty hier mit dieser tiefen wirkung jetzt kein wackellanty oder so wie gibt ja welche diese diesen 3d effekt haben wenn man das wackelt oder so oder ein anderes bild erscheint haben wir hier nicht ist einfach nur für diese tiefen wirkung hier und diese spiegelung hier das sieht wirklich sehr sehr gut aus ich mache es mal ab ich finde es wirklich gehen wir ein bisschen näher ran weiß nicht ob man das jetzt überhaupt so gut und dass sie doch eine kleine bewegung drin ist wirklich positiv in effekt ist aber cool gemacht ich finde es ist von der qualität jetzt nicht so gut da gibt es von von wie gesagt fullslips ja schon bessere die da ein bisschen besser sind aber ist okay steelbook in hochglanz so naja so richtig hoch ist auch nicht wie gesagt wir haben hier wieder das ist jetzt in deutschland ich glaube dass so gang und gäbe allgemein dass wir hier ja wie soll ich sagen ja der lack halt der dünn ist wir gehen mal ein bisschen näher ran hier schönes motiv schönes bild schön scharf auf jeden fall finde ich sehr gut gewählt rückseite denn hier natürlich auch tom coos hier gefällt mir auch sehr sehr gut das bein dann hier ganz klein top gun öffnen wir das ganze mal sieht das ganze so aus über den spine haben wir hier das motiv fortführend sozusagen passt sogar ich finde es ist ein schönes steelbook also da hat paramount mal doch was gemacht ja innen wieder natürlich disk hier leider nicht bedruckt das ist natürlich ein bisschen schade das ist hier die uhd wie gesagt die hat keinen deutschen ton glaube ich aber wenn ich hier sehe die blu-ray scheint deutschen zu haben weil da ist ein fsk logo drauf also die wird die hat den deutschen ton mit an bord haben wir die jaycard angeguckt nein sie ist ja kann man gleich noch mal bereich ich gleich noch mal nach im motiv hier mit dem motorrad finde ich und den jet ja finde ich geil gemacht von der qualität her von der farbfall auch sehr sehr schön aber dann gucken wir jetzt hier noch mal kurz die jaycard an wie gesagt ist die italienische version hier und da steht das hier auch alles ein bisschen kleiner englisch atmos italiano tedesco da ist deutsch und ich glaube auf der uhd steht kein tedesco ja bloß noch mal so als hinweis für diejenigen die da vielleicht noch mal ich weiß gar nicht ob es das auch noch erhältlich ist in 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 frankreich in italien meine ich ja wie gesagt hatte ich nur bestellt weiß da nicht mehr weiß bei uns nicht mehr bekommen habe und ich ja gerne diese version wollte ja so wie gesagt ein schönes team book ich finde es wirklich gelungen natürlich die farbe ist natürlich wieder rauf gehustet sehr sehr dünn sehr empfindlich deswegen ich glaube das wird ich glaube das werden wir nicht mehr anders in deutschland erleben das wird so generell so da brauche ich mir glaube ich auch gar nicht mehr darüber aufregen es sei denn ich kauf keine mehr ja in diesem sinne ich fand es ein sehr sehr cooles ding es ist ja lenti ist auch okay coole edition auf jeden fall zum coolen film ja in diesem sinne schreiben gerne kommentare welche version ihr euch geholt habt es gab ich glaube ich das d book normal es gab noch blu-ray st book was auch noch mal ein leicht anderes cover hatte glaube ich ja in diesem sinne soll es auch an dieser stelle gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao